Verhilft ihr eine Wildcard zum ersten Triumph bei den Australian Open? Das erste Grand Slam Turnier des Jahres in Melbourne ist auch im Spätherbst ihrer Karriere noch ein weißer Fleck auf der Landkarte von Venus Williams. Ein Vierteljahrhundert nach ihrer ersten Teilnahme unternimmt die 42-Jährige nun den vielleicht letzten Anlauf, endlich das Damen-Einzel des hochkaridigen Turniers zu gewinnen. Im Finale stand die Kalifornierin bereits 2003 und 2017. Beide Male unterlag sie ihrer jüngeren Schwester Serena, die diesmal auf einen Start verzichtet. Im Doppel bildeten beide eine Bastion und gewannen bereits viermal die Australian Open. An der Seite von Landsmann Justin Gimmelstopp gelang Venus auch ein Sieg im Mixed-Wettbewerb. In der ATP-Weltrangliste ist Venus Williams auf Platz 1007 abgerutscht. In der ATP-Weltrangliste ist Venus Williams auf Platz 1007 abgerutscht.